Aha! Aha! Okay, gut, dass ich gespeichert hab. Wie, keine Muni, was ist denn mit dir, Alter? Haha! Ähm... Nix da, Junge! Alter! Bevor ich da jetzt runtergehe, ne? Ich bin gar nicht da, wo ich dachte, wo wir jetzt sind. Ach, heute mal! Aha! Hm! Hm! Ganz ehrlich, ich hätte auch die Pistolen benutzen können. Ah, das wird mir jetzt zu lang dauern. Hm, ich krieg die Orangensaftflasche nicht auf, jetzt! Oh, da wird es nicht zu langen. Oh! 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 Oh, nooo! Kleiner Ficker, ey. Lauf ich in die richtige Richtung? Nein, tue ich nicht. Ganz ehrlich, das hätten sie trotzdem ein bisschen überarbeiten können. Dass es nicht so rechteckig ist, hier zum Beispiel alles. Ich meine, das ist im Vergleich dazu schon einiges besser, ne? Aber, hätten schon noch ein bisschen mehr machen können, ne? Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr rausholen. Äh. Willst du mich verarschen? Du scheiß Kamera. Was soll denn das jetzt? Alter, aber, hä? Das bringt mir doch jetzt gar nichts hier irgendwie. Hä? Hä? Alter. Hey, wie komme ich denn da wieder rein? Ah, Junge. Alter, meine. Meine Fresse. Meine Fresse. Hey, wie komme ich denn da wieder hin? Moment. Wie heißt denn, ob das Level ist? Bin ich eigentlich dumm? Oh. 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 Oh mein Gott, wirklich blöd. Hier geht's wieder lang. Ja, genau. Oh Gott. Hä? Oh Gott. 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 Hallo Schneemobil. Mein alter Freund. Da ist aber noch ein Schlüssel drin. Hm, wie mache ich denn Granaten? Hm, wie mache ich Granaten? Ähm, ähm, hm, hm, hm. Hä? Die Schlüssel brauchen wir da auch noch, oder? Oh, ich fahr einfach mal, ne? Ich fahr einfach mal. Alter, was war das denn jetzt? Oh Gott. Okay, okay, okay An der Wand entlang Gar nicht so einfach Gar nicht so einfach Also geht doch So, was haben wir jetzt gefunden Hüttenschlüssel Muss ich komplett Alter, die gäbe ich, Junge Alter, die gäbe ich, Junge Och nö, nicht nochmal, ne Wie kommt denn Der Hüttenschlüssel eigentlich hier rein Nein, fick dich doch, Alter Ach, come on Dem gebe ich jetzt Aha Kann ich das auch nehmen? Nice Oh, Alter Ja 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 Das ist blöd gelaufen Alter Die fahren sich Die fahren sich alle scheiße Alter Kein Bock, das alles nochmal neu zu machen Junge Junge Willst du mich verarschen, Alter Ja! Das war's für heute. Was nehmen wir denn für euch? Das war's für heute. Aha. Ah, da ist ja schon die Hütte. Ja, okay, alles. Alles easy. Wie weit sind wir denn eigentlich schon? Ich mach die Zeit gucken. Es ist schon drei Uhr fast. Eine halbe Stunde hab ich noch. Alter, guck mal, was man alles macht wegen so einem scheiß Schlüssel. Jetzt kommen wir in die Hütte rein. Meine Fresse. Einfach das Fenster einschlagen. Was hältst du denn davon, Lara? Gibt's hier überhaupt was, was wir brauchen? Ja, ein Hebel anscheinend. Uzi. Alter, guck mal, das Fenster ist sogar eingeschlagen. Aha. Zwei, ne? Wie lang wir denn jetzt? Wir haben zwei davon und drei. Joa, ist okay. 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 Wie jetzt? Alter, what the fuck? What the fuck? Alter, willst du mich verarschen? Das sind ja drei Stück, ey. Wie soll ich denn die platt kriegen? Höchstens, äh. Los, Lara. Höchstens gar nicht. Was ist das? Das war's für heute. 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 Alter, wie geht denn der scheiß Boost? Hat auch die ganze Zeit funktioniert. Steuerung. Bearbeiten. Links. Springen. Schauen. Docken. Sprinten. 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 Warte mal, warte mal. Warte mal. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Bin ich blöd. Oh mein Gott, Alter. Bin ich blöd. Oh mein Gott, Mö Scott. Das war's für heute. Oh Gott, Alter. Dad, Absolutely. Ja. Kann man mal machen. Würde ich sagen. Habt ihr was Schönes verlassen für mich? Zu Weihnachten vielleicht? Nicht? Ein bisschen schade ist es schon. Ja. So, jetzt aber. Ehm. Nix gut. Ich probier's mal. 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 Das jetzt funktioniert oder nicht? Oh nee! Ich probier's mal. Ich probier's mal. Das musste so sein, oder? Ich glaube, äh... Hm. Oh! Ja. Ja. Es musste so sein. Ich musste das kaputt machen und scheinend. Auch gut. Ja. Gut. Und... Und leerer Slot. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt... ... 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 Alter, das ist nicht dein Ernst! Soll ich denn da rein? Komm! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Sag jetzt nicht, ich muss das Fenster zerschießen! ... 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 Doch, vielleicht schon. Was ist das? Alter, was halten die denn aus, bitte? Ah, klar. Wer kennt's nicht? Die Mönche mit Granaten. Nein. Nein. Das hört sich nicht gut an. Oh, danke, Leute. Aha. Und so, ne? Also, Friede sei mit euch. Bin ich überhaupt richtig? Oh, schön. Hallo. Ne, keine Ärger. Nur ein bisschen klauen. Ist okay. Komisch, ich darf hier machen, was ich will. Aber okay, ich hinterfrag's nicht. Okay. Ja, gut. Ähm. Ist aber nicht sehr gastfreundlich. Alter. Aha. Oh, fuck you. Und? Station. Oh, fuck you. Ja, und jetzt? Alter! Alter! Oh, dann bin ich raus! Scheiße, ich dachte nicht reinfallen. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Hier habe ich das letzte Mal gespeichert jetzt. Das wäre noch beschissener. Ach, nee, ey. Ah, hallo. Ja, ist okay. Mhm. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Die Action ist vorbei. Ich gehe hier rein. Äh. 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 Hallo, Bruder. Äh. 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 Ich sag mal, ne Treppe, verdammte Kacke, ne Treppe. Keine Ahnung, wie man die Granaten benutzt. Ich hab sie halt einfach, ne? Hierfür ist, glaub ich, der Schlüssel, kann es sein dann? Oder hierfür? Wenn man's immer zu eilig hat, natürlich, ne? Also, zum dritten Mal. Danke. Lass dich nochmal angucken, wie du aussiehst, ohne die neue Textur. Mit. Ohne. Mit. Ja, okay, ist okay. Ist okay, alles gut. Willst du mich verarschen, Lara? Streck, streck die die Arme aus. Alter, ich glaub, ich, ich glaub, ich kacke ab, ey. Ey, ich glaub, ich kacke ab. Alles gut. Schon erledigt. Ich kotz ins Essen, ey. Ich kotz ins Essen, ey. Hm. Wow. Zum vierten Mal, Kollege. Alter, bist du hässlich. Sorry. Wie dunkel das war, ne? Oh Gott, leck mich fett, ey. Das war nicht so gut, wie ich es dachte Geht doch! Ist das jetzt ein Generalschlüssel, oder...? Ah ja! Bevor ich da hingehe... Bevor ich da hingehe... Alter, ist das ein Trainingsraum, oder was? Ah ja, ah ja! Ah scheiße, Alter! Ah ja! 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 Ah ja... Ah ja! Ah ja! Ah! Das war's für heute. Oh, geht doch. Willst du mich verarschen? Alter, ich kann hier noch gar nichts machen. Ja, Mahlzeit, ey. Ich wollte auch noch ein bisschen witzeln. War nur noch ein Witz. War nur ein Witz, Leute. War nur ein Witz. Ich bin aber wirklich verarschen, Alter. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, guck mal. Äh, Hebel? Kein Hebel? Okay. Und dann, äh, kein Hebel. Was passiert eigentlich? Fuck you, Alter. Da, wo geht's denn hier noch überall hin? Euer Ernst? Ach du Scheiße, ist das eine Riesenkarte, ey. Cool. Hier sieht man zum Glück auch so viel. Das finde ich sehr beeindruckend. Ähm. Hä, wo kamen die denn her? Hä? 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 people you'll see. Oh Gott. A a a a a o a a a a a a you a 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 o a a a a a a a a. ew m a a a a a a a a! Mark is on disease. Fangen wir mal ganz kurz. Erstmal so und dann... Scheiße, waren drei. Tschüss.